Unterwegs im Jura, bei Laplan, in einem wunderschönen Klettergarten, schön im Wald gelegen, zwischen Biel und Sospo. Der Aufstieg erfolgt vom Dorf von La Peri. Wunderschöne Kalkfelsen. Hier der Tiefblick Richtung Taubenlochschlucht, die weiter vorne ist. Auch der Jura mit seinen Anhöhen von Genf bis Basel auf Deutschland, Frankreich und die Schweiz verteilt, ist ein Gebirge. Besten Dank und allen gute Touren.